und damit geht es weiter mit der nächsten folge von gothic 2 wir haben eine sneaky action geplant ich fordere mich oh mein gott was geschieht hier ich habe es gemerkt dass er nicht angesprochen hatte macht nichts immer mit der ruhe ganz ruhig entspannt und wie du bist bei gothic 1 konntest du in den kämpfen die waffe ziehen im gespräch meine ich das war ganz geil mit dem mit dem pfeil hoch aufs dach und los die läuft langsam ist aber nicht draufgekommen deine ahnung sagt du es mir meinst du mir geht es besser und glaub ja nicht dass das alles ist st richtig so so schön du brauchst halt immer ne stunde um dich jetzt ich versuche da if der rumzufüllen Der war... nice, schöner, schöner. Du hast nur nicht ihn angreifen. Mahlzeit. Nein, was tust du? Du kannst es nicht. Doch, kann ich. Er ist nur zu dumm. Lass ihn wieder hochkommen, lass ihn wieder hochkommen. Los, los, zweimal, zweimal. Der wird einmal zurückgestoßen. Katze! Der wird einmal zurückgestoßen. Seh ich nicht. Der ist über dir. Wo ist er? Hä? Ist Basta? Ich hör ihn rumfallen, aber... Echt? Da ist er. Aber er macht dir nicht so viel Schaden. Nicht so wie früher. Damals noch, in der Schule, weißt du noch, Basta? Oh, damals. Ey, ist auch zu dumm. Ich dachte, er hat es gegessen. Ja, rennt so schnell, wie du kannst. Wie? Nö, nö, nö. Du, Alice ist noch nicht vorbei. Du, Alice ist tot. Nee, doch viel Töten. Ah, Mann. Tötet die Magie? Ja. Ah! LOL! Magie weg, weg, weg. Aber er feuchtet trotzdem. Ja, renn so schnell, wie du kannst. Nee, nee, dann hab ich quasi verloren. Ja, ist okay. So, Hauptsache, ich war da auf Läufläder. Huch. Er hat sich heute nicht. Und sollte er nicht tun. Die haben noch keine Tränke oder so. Äh, ich fress noch ein bisschen was. Käse. Käse. Flesch. Aber er hat einen ordentlichen Griff von dem Ring geballert. Oh, er hat ein Schwert angestattet. Da brauchen wir aber gleich zum End. Ja, zum End. Magie tötet definitiv. So, wie Pfeile auch, ne? Pfeile töten ja auch. Pfeile töten? Ja, das kann sein, ja. Pfeile definitiv, das hab ich immer. So, willst du speichern? Schnell. Warte. Ich weiß nicht, ob er automatisch wieder aggressiv wird, wenn du ja näher bist. Weiß nicht. Ich glaube, er sagt dann, ne? Kann er uns wieder aufs Maul haben? Guck mal, das ist kein, kein Rucklamm. Heftig. Jetzt krieg ich dich aber. Lass, 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 lass. Ach, hast dich getroffen. So eine schöne Dachkante hier. Du musst gucken, wo er bleibt, ja. Wenn er hochkommt, definitiv einfach einmal abschießen. Will ich ja, wo ist er hin? Ja, wahrscheinlich. Basta? Das ist ein dummer Kampf. Der mächtige Magier. Was ist er denn? Genau, bleib einfach so stehen. Er muss sowieso hochkommen. Er wird von rechts aufgekommen. Das ist ein bisschen los. Was ist er denn? Spasti. Du kennst sowieso wie so ein Spasti, Alter. Das ist im Haus. Genau, drehen so. Nice. Also er muss ja spätestens... Nice. Nochmal. Und jetzt mit der Hand. Mit der Hand. Boom. Nimm das Gold mit, Alter. Schau das auf die Waffe, Mann. Nur ne, die 1800.000 Gold mit. Die können doch jetzt... Alter. 1214 Gold. Alter. Oh, Feuerwurzlech gegessen. Scheiße. Na gut. Einen Topf. Die Gesundheit. Danke. Oh, meine Güte, Alter. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Okay, okay. Du bist der Bessere von uns beiden. Was willst du? Hat das lange gedauert. Ich will mehr als Söldner der Gegner rausfahren. Kannst du mir beibringen, besser zu kämpfen? Kann schon sein, dass ich dir den einen oder anderen Tipp geben kann. Das hatten wir ja schon mal. Hatten wir halt das Sachen. Nicht viel mehr über die Söldner und die Gegend hier rausfinden. Über die Gegend kann ich dir nicht viel erzählen. Und was uns Söldner betrifft, wir haben eine ganz einfache Regel. Wer sich durchsetzen kann, der ist dabei. Ich glaube, du hättest das Zeug dazu, einer von uns zu werden. Aber nur, weil du in unserem letzten Kampf geklackt hast, solltest du nicht übermütig werden. Weil der uns noch Gold schuldet. 15, mit dem wir Höhne geklärt haben. Eine ganze Ecke besser sind als ich. Sentenza zum Beispiel. Ja, ja, ja. Und Sentenza kann man langsam auch das Geld wiedergeben. Also die 50 Gold. Damit er nicht die ganze Zeit nervt. Du hast nichts gesehen. Speichern. Heftig. Man fällt darüber, da kann man noch klären. 1000 Gold. 1200 sogar. Zückt die Rune und dreimal und dann mit dem Schwertkehlen. Ja. Okay, hat noch getroffen. Der Arsch war noch angezündet. Das Waffenwechseln ist halt auch super schnell. Ja, das ist auch einer. Zum Glück ist es kein Dot, ne. Das ist quasi... Oh, da sind auch Lurker, die wir wegbumsen können. Zwei Stück. Ne, ne. Aber er hat sich bewegt. Das ist halt so getroffen. Nochmal. Immer, immer dreimal. Und dann mit der Waffe. Er braucht halt ewig zum Wechseln, ey. Langsam kommt Fluss ins Spiel. Ja. Wir haben keine Heilpflanzen mehr. Ach doch hier. Selbstverständlichkeit. Das ist doch noch welche. Oh Gott, oh Gott. Sollte vielleicht nicht so viele fressen, weil wir lieber Tränkel ausbrauen sollten. Da hast du übrigens gerne mal anderen mehr. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Hier 10. Amph. Bam. Amph. Amph. Nice. So, wie viel brauchen wir für Lurker? Das war ja gleich Level abgeben. Oh mein Gott. Du bist schon Level ab, übrigens. Ja. Ja. Als du Buster lassen. Und nochmal. Als du... 120. Krass. Lurkerklaue. Mana wieder nachfüllen. Nachfüllen. Oh, wir sind weg. Nice. Lol. So, weg. Was hast du getan? Noch mal. Das macht's nicht einfacher als... Was hast du getan? Geh mal aus dem Feld raus. Leute, bist du weg? Warum bist du weg? Scheiße. Cheatest du heute? Nee. Ich laufe ganz normal. Ich springe. Ich gehe mal schlafen. Vielleicht. Oder spielen euch da. Ich weiß es nicht. Ja. Auf einmal bist du aufs Feld getreten. Oder in dem Lurker gewesen. Und weg warst du. Ja. Ist das heimlich. Ich glaube vom Schlafen wird sich besser, oder? Sehen wir ja gleich. Ich meine, du bist wirklich unsichtbar. Mist. Soll ich quick loaden? Also ich speichere nochmal zur Not. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Du kannst dich gar nicht sehen. Keiner. Weiterspielen. Spaß da. Unsichtbar. Was denn? Ich hab gespeichert. Da war ich wieder. Ernsthaft? Ja. Tatsache. Muss ich nicht mal laden. Ich hab mich gerade gefragt, was wir machen wollten. Die sind doch da, hä? Ja, ist gut. Du hast schon wieder ganz vergessen. Von einen Sekunden auf die andere. What the fuck? So, dann können wir gleich weiter machen hier. Niceo, niceo. Nein! Oh! Was hast du getan? Was denn? Ich war auf einmal nicht mehr anvisiert. Ja, weil der andere eben das. Ja, Penner ist es. Bäm! Warte, 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 warte einmal! Easy. Der hätte da, easy. Ist da was drin hier im Water? Ja, aber ich würde erstmal... Alter, sind da viele. Ja, die will jetzt nicht alle Kiel, ey. Die gehen mir ganz schön auf die Eier. Oh, meine Sprachrolle. So, was ist das für eine? Schwere Wundenhallen. Vergessen. Achso. Oder was? Sicher? Weiß er nicht. Wie auf zu lecken, du bist eklig. Also Katzen. Oh Gott. So nicht lecken. So. Genau, jetzt im... Vorsicht, rechts sind. Ja, die Schnauze ist so viel scheißviel. Aber jetzt können wir... Gehen wir mal zurück. Die Insel. Können wir gleich das Ding ausbuddeln. Hast du ne Spitzhacke? Scheiße. Was glaubst du, warum wir nicht die Insel ausgebuddelt haben? Der Lackerschlange tot. Wie hab ich das geschafft? Mit dem Feuer... Feierregen dort. Ach stimmt, diesen... Ja, ja, genau. Fuck, ey. Das muss ich nochmal hier kurz... Das ist so dumm, ey. Heftig, Alter. Nicht viel das bringt. Aber langsam muss der Tränke dann brauchen, oder? So lange hätte es auch nicht mehr. Wie viel macht dann so einen Minitrank endlich? 50. Oh! Vorher... Also, nochmal ein bisschen mehr Mana mit dem überhaupt... Das ist... Ich lohne ja... 10 Mana mehr. Also noch ein Level ab. Ja. Die Erzähler. Haben wir ja. Ich denke du bist mal wieder reif für eine tracht prügel ich lasse mich nicht gern verarschen Mir kommen die tränen vielleicht kann sie noch mit dem ding schillen Ich guck mal was da hier Alter Ja das ist halt die Axt ne Das wird eben eine leere sein Ja das ist halt das blöde bei Magie im Nahkampf ey das ist halt echt da brauchst du so so Das hier brauchst du halt größere Magie Ja so Feuer um uns rum so Feuerball, naja Feuerball einfach nur Ja Der mir ein bisschen mehr Schaden macht Oder ich hau den Eisblock, ist der da eingefroren? Ja Kannst du auch machen Kannst du auch einen Goblin erschaffen, der den ablenkt Na ja kommen aber alle Das ist noch dörfer Ja das stimmt Ja Aber ist es wirklich für diesen verdammten Idioten einen Eisblock benutzen? Ja Eigentlich viel zu wertvoll dieser Zauber für so einen Trottel Na gut ich komme später Gehen wir erstmal mit ihm mit Gold Hier kommt wieder ein Kollege So Der Eisblock ist viel zu wertvoll dafür Da bist du ja wieder Dann wollen wir mal sehen was du Wie du willst Sollte aber 100 Gold haben Na dann wollen wir mal Ah Gold Viele unter den Söldnern sind Ich will nur 50 Goldstücke Ja ist doch in Ordnung Das hatten wir schon Solange er jetzt die Fresse hält Ja Was willst du eigentlich im Söldnerlager? Eigentlich wollten wir nur den Typen auf die Fresse hauen Ja Hallo Gott Ah Ah zur Hexe hätten wir noch gehen können Wiesste Welche Hexe? Für die Eintöpfe hier Die Hexe? Ja das Ja die heißt halt so Kräuterhexe Die ist Ach die Kräuterhexe Die ist ähm Bei dem Hof wo vorhin die Die Massen Die Massenschlägerei war Dahinter ist die irgendwo Der dauert ja nicht hin Ja dann Auf gehts Habst du auch ein paar Fettraube auf dem Weg zerstören Ist er so halb auf dem Weg Was ist das für eine Rage hat alter Ist doch krass Ja aber krass Bam Der kommt an und kriegt einen auf die Fresse Hatte ich ganz gut mit dem Netz aber egal Das schaffe ich noch gerade wo Könnte aber wir gehen gerade noch so So Geil Das macht es endlich mal Geil Sieben sind wir erst Guck mal Für sieben Alter Nach 28 Parts 29 Oh guck mal Ein Leatherbeutel Schön Ey kann man so viel finden in dem Spiel Das ist aberartig Aber wie viel Gold wir haben ey Das ist auch aberartig Also die nächste Rude die wir machen würde ich sagen Was war das nächste? Feuerball Ach ach Heilung meinte ich eigentlich Achso Mittlere Wunden heilen Das wäre gar nicht verkehrt Das ist er da vorne Einer von den Hoftypen Mh Mh Bertram Wollen wir denn hin? Bist du hier der Oberaufseher? Wenn du auf meinem Land entlang spazieren willst Kostet dich das 5 Goldmünzen wenn du keine Prügelkassieren willst Ne Gib ihm dein Gehen Ja hast du dein Gold Wir sind ehrliche Diener Innos Der ist ja nicht mal sein Land ich kenne die Typen ja Achso ja dann wollen wir es das Wenn es nicht kostet Hier hast du dann später wieder Danke Schönen Tat noch Unverschmitzt Das alte ist eigentlich ein äh Arbeiter der nicht arbeiten will Du kannst ihn ankacken beim beim Chef Ende Ja Dann musst du auf die Fresse hauen Dann geht er wieder arbeiten Dann kannst du sagen ey ich hab mich mal zum Arbeiten gebracht Dann so oh danke grüß wie du hast du Geld Ja 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 Wie es halt immer so ist Oder ist das Seekopp hier Was ist das? Seekoppshof Ich glaube das ist der Hof hier Seekopp ja Guck mal kurz gucken wie der heiße Bänger hier Kannst du dir nase gar mal merken Balthasar Balthasar Was war da? Ein Schaf War nicht gekonnt War ein bisschen verbackt gewesen Ist das Balthasar? Wie heißt er? Seekopp Aber es ist Till Das ist erklärender Junge Ein bisschen behinderter der Kopf Der hat auch die nice Stimme der Typ Echt? Das ist mein Land Was willst du auf meinem Land? Ich bin dein Haus Hier gibt's nichts zu klauen Scher dich weg Gibt es in diesem verfluchten Land eigentlich ein Fleckchen Erde Das nicht irgendjemand gehört? Ja Aber dann kannst du vielleicht auch irgendwann mal ein Stück Land dein eigen nennen Aber bis dahin lungerst du gefälligst woanders rum Hör mal Ne Ah perfekt Hier wollten wir ja hin So Hätte er mich nicht voll gelabert hätte ich ihn ja nicht ausgeraubt aber so Scheiße das wäre so ein Ah Mist So ungünstiger Winkel hier Ach voll Und hier hinten da ist irgendwo Die Hexe Ne Megabitch Äh Witch Witch Und die Die kann uns dann die Crawl upgrade Keine Ahnung wo die hier ist Goldein Skelett Da geht schon mal los Guck mal Blutfliege Tausend Gegner hieb ich mir da in der Wood Gegner in der Wood Oh ich schwirren Oh da kommt einer Oh da kommt einer Ah kein Mahler mehr Ah keine Mahler mehr Ah keine Mahler mehr Zwei Sekunden du bist tot Renn du Schlampe Da ist da noch einer Renn du Schlampe Oh mein Gott Nicht dass es jetzt gegen das Haus läuft Oh Warum sieht der denn immer so schnell Vudelgeweck Woll ich denn gespeichert jetzt Wer fester Sumpfi Fester Fester ne Ja Einfach runtergeschmissen Die soll schlafen gehen So dann brauchen wir nicht mehr langlaufen Weil wir noch die 50 Gold nicht zahlen Ja Und ich wüsste wo die ist Diese komische Häkse Kräuter Witch Schick sie Ach voll Wie aussieht Komm Den Lederbeutel Oh 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 Weg ist sie Weg ist sie Gatschen sind so doof Hinter Seekopps Haus Ist halt ne waldräumige Beschreibung Schattenläufer Wie viel brauchst du ne Blutfliege? Herrgott nochmal zwei Stück würd ich sagen Oh mein ich das bin so gut äh Hier hat man ein bisschen ausgeräuchert gerade Rechts und noch scavengers ne Das ist alles nicht so bald Alles Ich glaube ich nicht mehr Fuck you Das kann man noch mehr Doch Das trifft Oh ich bin so gut Was Bin so grau Ich bin so gut Das wird auf Flügel eingeschossen Oh Ausgeblutet Oh mein Gott Alter Ich glaube ich erstmal nicht an Wolff Feldräuber Feldrollery Da ist der Schattenläufer Zwei Stück sonst Zwei Stück sonst Wollte beide getroffen hast Einer hat sich da vorher gestellt Ach so Schweine Schweinesau Na Leute noch welche Hier war ein Gegner Vielleicht solltest du dir die Gegner Klären auf dem Weg hierher Ich kann jetzt mal den Bogen schon mal wieder Auslusten Genau Man kann noch einen Bogen beschäunen Man kann noch einen Bogen schießen Jolo Keinen Kronenstück lassen Feuernisse Soweit knapp War nicht mehr so viel Ne Du musst ja nicht dieses Ding lernen Ja Halt uns ja noch Lass uns nochmal Und Leute einfach gleich mitbekommen Wir behindern Hallo Zwischen auch schon fast tot Ja einmal muss sie theoretisch noch aber Wie teuer war der Stab? 650. Guck mal, kaufen wir jetzt! Oh mein Gott, können wir? In der Tat! 950 oder so. Oh mein Gott, ja! Wir haben auch 20 Mann am Meer. Ja, ja. Geil. Krass. Da ist wieder ein Wolf da links. Vorsicht wegen dem Schattler. Ein Bark! Ey, was ist denn das für ein Wald hier? Der Wolf, vorsicht nicht, dass du den Schattler irgendwie auf dem Weg triffst. Haha. Und nochmal. Weil du musst gucken genau, wo er umfällt. Das ist aber noch ein Bark, immer noch links. Und sogar sehr nah. Wohnt die Hexe denn hier? Kannst du mal bitte speichern? Aber nicht bevor der Schattenläufer dich zerfleischt. Aber kannst du mal aufhören, so viele Safe Stats zu machen? Was machst denn du da jedes Mal? Alter, das klingt oft zu nerven. Hm. Bis er war öd? Kann... Hast du eh nicht getroffen. Zweimal nicht. Oh shit, guck mal. Das kann man noch mal an. Wofür denn diese Hexe? Alter, fick dich. Ich geh nach Hause. Geh zum Klo. Wie ist der? Ne, warum denn da? Ach, wegen Dingsler? Achso, ich dachte in die Stadt wegen. In die Stadt wegen? Ich hab in der Quest. Welche Quest? Ja, die Paladin sagt, ey, das ist egal. Das sind crazy Drachen. Du hast das ganze Ding musst du noch erforschen. Die ganze Welt hier, ja? Bevor du ins Minental gehst. Naja, das dauert immer eine Weile. Kapitel 2 ist nicht Minental gehen, oder? Kapitel 2 ist Minental. Sobald du das Minental betreten hast, ist Kapitel 2. Ja? War das ja schon, wenn du die Aufgabe bekommst. Ja? Ja. Was denn da los? Guck mal, das haben wir wieder da ein paar Ruck. Ja. Das ist halt die Welt, die lädt und lädt und lädt. Es ist halt eine riesige Welt ohne Zwischenlade, weißt du? Damals schon. So was gibt es halt heutzutage nicht mehr, heute wird alles irgendwie unterschnitten. No, gibt es auch noch. Ja, wirklich. Zwei hier glaube ich, wenn du das Minental gehst, lädt er auch nochmal, ne? Ja, dieses Holztürchen, das ist der extra, der Abschnitt. Naja, mein längst ist die ganze Karte von Teil 1, ne? Ja. Schon crazy. Boah, geht mir das gerade auf die Eier. Wie lange haben wir noch? Okay, 0. Nächste Folge. Die überheben diese Ruckeln, das geht mir nämlich auf die... Ja, wie willst du das machen? Ja, das Spiel dann starten. Wie voll. Und, äh, ja. Nächstes Mal geht es weiter ohne Ruckeln hoffentlich. Geils. Ciao.